Jakob, was willst du? Ich muss dich warnen. Du solltest gehen. Sofort. Sie hat das Recht, es zu wissen. Was? Wir beobachten die Vorfälle in Seattle schon länger. Das unerklärliche Verschwinden von Menschen. Das Töten. Jemand stellt eine Armee zusammen. Eine Armee aus Vampiren? Sie kommen hierher. Das wird ein übler Kampf und es wird Opfer geben. Wir sind dabei. Solange wir ein paar Vampire töten können. Es ist Zeit. So ist es. So ist es. Okay. So ist es. So ist es. So ist es. Vielen Dank.